Die Söhnekapelle Öfter sprach der Heiland bittend, teils drängend und versprechend von der gewünschten Söhnekapelle. Er war traurig, als man seiner Bitte widersprach. Nach der ersten Bombardierung im September 1942 sagte er zu mir, »Siehst du, meine Tochter, davor wollte ich das Land behüten. Sie wollen die Söhnekapelle meiner makellosen Mutter nicht errichten, darum wurde der Tempel meines Herzens beschädigt.« Das war ihnen zum Zeichen gegeben. Als ich einmal im Jahr 1944 vor dem Allerheiligsten betete, erschimm mir die heilige Jungfrau als die Königin der Welt. Mit unaussprechlichem Schmerz in ihren Zügen betrachtete sie unser Vaterland Ungarn. Es war sehr erschütternd, dass sie in ihrem Schmerz schwieg und weiterging. In dem Maße, da sie sich entfernte, in dem Maße drängte sich der Feind heran. Da rief ich erschrocken. Im Namen des ganzes Landes Ungarns, Mutter, Mutter, bleibe bei uns. Wenn du uns verlässt, werden wir zugrunde gehen. Sie schaute zurück und antwortete, »Nein, ich kann nicht bleiben, aber ich werde wiederkommen, wenn mein Ort fertig ist.« Ich erfuhr vom Heiland, dass er die Sühne-Kapelle als eine Gedenkstätte für die künftigen Generationen wünscht. In der Sühne-Kapelle wird nämlich das Bild der schmerzhaften Mutter selbst sprechen von den Schrecken und Leiden der jetzigen Generation, den kommenden Geschlechtern. Die heiligste Jungfrau erschien weiß gekleidet. Sie trug einen roten Königsmantel. Ihre ganze Gestalt war mit einem schwarzen Schleier bedeckt. Auf dem Haupt trug sie eine Dornenkrone. Ihre Füße waren unbeschut und mit Dornen bedeckt. Sie stand auf dem Kopf einer Schlange. Ihre Hände waren zum Gebet gefaltet. Aus ihren Augen ranen Tränen. Neben der seligsten Jungfrau standen zwei Engel in schwarzen Kleidern. Sie hielten ihre Hände auf der Brust gekreuzt. Ihre Augen schlugen sie nieder und weinten. Die Engel waren so majestätisch, dass nicht einmal die heiligste Person auf Erden mit ihnen zu vergleichen ist. Die seligste Jungfrau sprach. Die Kirche soll mir einen Ort bereiten, wo ich mit meinen Gnaden absteigen kann, damit ich von dort aus die Sünder zur Bekehrung und die Menschheit auf dem Weg der Buße und Sühne führen kann. Jesus sprach zu mir. Ich will, dass die Priester, Vorgesetzten meine Aufforderung befolgen. Sie dürfen meine Sühneaktion nicht verhindern. Sie sollen an meiner barmherzigen Liebe nicht zweifeln. Und er fuhr in seiner Rede fort, indem er sich an mich wandte. Mein Schwesterchen, jetzt spreche ich wie ein Bruder zu dir. Ihr müsst euch in Gebet und Opfer mit mir vereinigen, damit wir den Zorn unseres himmlischen Vaters besänftigen können, weil sonst viele von ihm geschlagen eines ewigen Todes sterben werden. Ich sah, wie der Feind unser Land Ungarn gänzlich vernichten wollte und wie er Kraft seiner materiellen Mittel dies hätte tun können. Er wusste aber nicht, dass der Herr auf die Fürbitte der seligsten Jungfrau und infolge der Sühneaktion der guten Seelen seine Pläne teilweise verhindern wird. Als ich an einem Tag des Jahres 1944 eine Gebetsstunde für die Rettung der Welt und unser Vaterland Ungarn hielt, sagte Jesus, der Friede ist schon nahe, das ungarische Volk wird nur noch kurze Zeit kämpfen und der zum Himmel steigenden Gebete und Opfer Willen habe ich das Blutvergießen verkürzt. Aber nach dem Waffenstillstand wird kein Sieg kommen. Leiden warten auf euch. Das ungarische Volk soll mit Vertrauen auf meine Mutter schauen und verkünden. Wir werden durch die siegleiche Königin Ungarns und der Welt siegen und er fügte noch hinzu Ich will das Land meiner Mutter mit einem Attribut auszeichnen nämlich das Ungarn nicht nur das Land meiner Mutter sondern das Sühnen der Land Mariens genannt werden soll. Später zeigte mir der Herr die Sühnekapelle äußerlich ganz schlicht innerlich aber war sie so schön dass keine Menschenhand so etwas schaffen könnte darin sah ich die Statue der trauernden seligsten Jungfrau und auf einem Stern standen die Worte Meine lieben Kinder Kommt mit mir um den beleidigten Herrn zu versöhnen der über seine Feinde siegen wird Und in der Nähe dieser Kapelle sah ich das künftige Kloster der sühnenden Ordensleute Gesellschaft Maria mit einer großen herrlichen Kirche der siegreichen Königin der Welt Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit Amen Amen 死亡 hosp Nancy Vielen Dank.